Und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong 64. Ja, zuletzt haben wir mal gecheckt, ob wir noch irgendwas mit den anderen Leuten bekommen können. War nicht der Fall. Das heißt für uns, wir werden uns ganz gemütlich hier alles anschauen und alles aktivieren und gucken, wann wir den lieben Donkey Kong denn hier kriegen. Vielleicht jetzt? Da ist er doch schon. Oh, Chunky Kong. Okay, er kann grüne Bananen sammeln. Das heißt für uns ist jetzt alles in Grün auch aktiv. Zum Beispiel da. Apropos 1. Ich möchte überhaupt, dass wir oben was haben. Einmal da. Und hier. Hatten wir blau noch auf dem Weg? Wir haben unten noch was in der Produktion. Also ich muss jetzt ein bisschen so ein Resümee fassen, wo wir alles hin müssen oder hin können. Ja, wir sind hier, genau. So, wir holen uns erstmal schön die Banane. Donkey Kong. Okay, das haben wir. Frage ist, gehen wir mit ihm jetzt weiter? Da wäre Lila. Ne, dann springen wir mal mit Donkey Kong nochmal in dieses Ding rein. Ich will mal, ähm, wie der sich dann so freut, oh, Gott sei Dank doch nicht. Nochmal kurz hoch. Und schnappen wir uns schnell alles mit Chunky, würde ich sagen. Oh, Glück ab. Ähm, ist das aktiv schon? Ich muss nicht runterschießen, natürlich. Jetzt ist die Frage, ob ich jetzt gerade getroffen oder nicht? Einmal meistens, also der ist ja einfacher als diese anderen. Das ist ja so, der schwere Part hier. Und. Es scheint immer, dass ich da, ähm, da drüben. Es kann sein, dass es aktiviert ist. Ich will jetzt nicht hoffen. Also ich will jetzt hoffen, dass es aktiviert ist. Und ich das nicht nochmal machen muss. Ähm. Ja. Naja, ich weiß, jeder hat fünf. Goldene Bananen in jedem Level. Ach, kenne ich ja schon, Alter, wie sie sich laufen lassen. Ja, Mann, der hat so einen geilen Tanz. Ja. Okay, 30 Münzen. Da oben haben wir noch, äh, Didi. Okay, das kann er schon. Ja, mit den anderen, äh, Leveln und so wird sich ja bestimmt alles ergeben. Später. Na, gehen wir erstmal hier rein. Weil ich glaube, Frankie gibt's die gar nicht. Mal schauen, dass ich... Jo. Was ist das? Hunky Chunky. Oh. Sweet. Äh, äh. Ich glaube, was mit dem Stein kann er jetzt, ne? Ja klar, die nächste Potion. Äh. Äh. Find ich ganz geil. Okay, ja. Das nächste Level, okay. So, gehen wir noch zu hier rüber. Damit der kleine Mann, oh. Okay, er hat nicht geröpst. Das war ich nicht. Das hat er niemals gemacht. Ja. Nice. Das ist ein bisschen interessant, ja. Er ist so ein riesen Muskelprotz mit einer Triangel und dann auf Zehenspitzen. Aber alles aktiviert bekommen anscheinend. Weg. Kroffnuss, Junge. Da ist da oben noch. Das kann ich jetzt natürlich nicht wissen, ob da jetzt da oben was noch ist. Äh. Da haben wir gesagt noch die, die. Da ist die 1. Ich kletter mal kurz hier hoch. Okay, hier geht's mit Rot weiter. So haben wir das Problem jetzt mal gelöst, würde ich sagen. Also wir können jetzt ein paar Wege öffnen. Wir können uns vieles ermöglichen jetzt. Wo Freunde nicht hingekommen sind, kommen wir jetzt hin und so haben wir alle Donkeys. Und das heißt uns später halt. Gut, es wird für euch ein bisschen länger dauern. Dass wir halt in alle Level reinkommen. Stay Snatch. Oh nein, nicht schon wieder. Okay. 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 Ich hätte erst gerade auslaufen sollen. Ich glaube, das können wir noch schaffen. Na ja, das schaffen wir. Eine Banane. For free. Ich will nicht, ich will nicht. Donk. 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 Schon 60 Bananen. Nice. Ich will mal wissen, wie viel es es wirklich gibt. Aha, okay. Hier sind wir mal 5. Darum ist es für Tiny. Ja, okay. 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 Wer kann das denn nehmen wohl? Nur Donkey? Also Tiny und Didi müssen auf jeden Fall hier hin. Das steht ja schon fest. Ah, warte mal. Ich kann es mir doch vereinfachen. Ne, ich geh mit. Ich hol mir jetzt Tiny hier. Geh mal kurz oben lang. Jawohl, mit dir habe ich mehr, Didi. Dann räumen wir jetzt mal den Raum hier leer. Und den ist sogar da hoch, ja. Ah. Also da ist noch was zum Swing'n. Da kommen wir bestimmt irgendwo ganz komisch raus. Jetzt gehe ich in den nächsten Raum. Ne, geh mal bitte weg. Hopp. Hier kann man nichts, noch nichts machen. Naja, so jetzt kommen wir hier von hier. Okay, komm, ich will mal gerne wissen, wie viele wir brauchen. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Da kann man sehen, wie viele man hat. 200? Okay. Das ist ja noch human. Donkey Kong. Finde ich okay. Aber ich sehe gerade, bevor wir versuchen hier ranzugehen, mache ich kurz und gerade, ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Donkey Kong 64. Bis dahin. Tschüss.